Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Ist es okay? Ich war dumm zu denken, ich könnte fliegen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Das ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Nein, Evie! Bitte! Was zum... Wir haben hier ein Opfer. Hey, ich glaube... Was führt ihr Jungs im Schilde? Ja, das ist sie. Zoe Baker. Sie atmet noch. Erstatte Bericht. Sagtest du Zoe? Sir, wohnen sie hier? Was ist denn los mit ihr? Zoe! Was in Gottes Namen habt ihr gemacht? Sir, halt, wohnen! Stopp! Stopp! Meine Güte! Zoe! Was zur Hölle haben die getan? Hören Sie zu! Wir wollen helfen! Nein, ich glaube dir nicht, Mann. Sag mir, was für Hilfe kommt in einem Kampfhubschrauber. Sie wissen nicht, wovon sie reden. Sie verstehen nicht! Du denkst, ich weiß nicht, wer ihr Leute seid? Mit all den Monstern, die hier rumlaufen. Sag mir, wo kommen die her? So ist das nicht. Sie kapieren's nicht! Oh, ich kapier's nicht! Siehst du das Mädchen da? Schau! Die Kleine meines Bruders. Meine Nichte, verstehst du? Und bei uns hier steht Familie an erster Stelle. Und du wirst meine Familie nicht töten! Das ist etwas, was ich nicht zulassen kann. Gott verdammt! Sie ist infiziert! Sie sterbt! Und wir werden beide sterben! Wenn wir nicht sofort hier abhauen, verdammt! Sie ist noch nicht tot, Junge! Also tust du besser was dagegen! Bevor ich dich an deine Freunde da verfüttere! Okay, okay! Es gibt ein Heilmittel! Du lügst mich an! Ich lüge nicht! Ich lüge nicht! Wir waren auf dem Weg, sie zu behandeln! Und sie haben das total versaut! Sie warten jetzt bestimmt noch auf uns! Ja! Wo? Sie haben es zu einer Hütte nicht weit von hier gebracht! Es ist dort! Ich schwör's! Das wird schon wieder, Zoe. Du bist Familie. Ja! Okay, du vermodernder Schimmelfrasser! Ich war schon mal richtig mit Mösen-Händchen-Kartig! Das war's für heute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Nein, nein, nein! Sorry. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gottverdammt, warum weckt es nicht? Ach, sie war nicht voll, oder? Das wird nicht reichen. Sie braucht eine volle Dosis zur Heilung. In der Basis ist mehr. Machen Sie mich los. Dann führe ich Sie hin. Bitte. Welche Basis? Mist. Ich muss zu euch rausbringen. Wir müssen schnell weg. Gott, was ist das für ein Horrorfilm? Scheiß hier! Okay, ist alles gut, Zoe. Der Soldat meinte, die Medizin ist in irgendeiner Basis. Und woher zum Teufel ist jetzt diese Wand gekommen? Da hat jemand das Licht angelassen. Mehr brauche ich gar nicht. Keine Sorgen, Zoe. Nur noch ein Stückchen. Das muss die Base. Ach, komm schon. Nicht jetzt, Alligator. Okay, hier bist du sicher. Warte hier. Ich bring dir was, das dir helfen wird. Stirb, scheiß Kerl. Ich bringe dich. 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 Der Raddampfer? Verdammt, dir macht es einem echt nicht leicht. Ich bringe dich. Du! Du hältst besser fern! Was? Bleib endlich liegen! Oh 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 Das ist es Endlich Oh 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 Okay To mix us Oh Oh Haha Was los Los geht's Oh 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 Ich komme zu dir, sorry. Sorry, ich habe die Medizin. Du wirst schon wieder. Miss... Sorry! Wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Oh, jetzt bist du Terran! Mann! Hier ist alles zum Teufel gegangen. Musterfahren sein! Musterfahren sein! Das ist ein verdammtes Akrileg! Musterfahren sein! Jake? Was zum Teufel?! Nein! Verdammt, Jake! Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Fuck ich dich! Fass sie mich ab! Jake! Lass mich gefälligst raus! Die Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jake! Was ist nur passiert? Mensch, Jakey boy! Was ist nur passiert? Was ist nur passiert? Hilfe! 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 Angriff von einer unbekannten Biowaffe! Baker House Camp wird angegriffen! Muss dasselbe Ding wie bei der Bartelstein! Was? Was zum Teufel! Ersterb nicht! Rückzug! Rückzug! Da bist du ja, du dreckiges Schwein! Na dann mal los! Was zur Hölle ist das?! Eines ihrer Spiels? Verzeuge! Einsatzbereit! Wart's nur ab, Jake! Wart's nur ab, Jake! Zoe kommt mit mir! Zoe! 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 Wach auf! Wach auf! Bist nun doch ein toll-mütiger Hund! Die Liebe kann sein, Ben! Zeig's mir! Du kennst mich noch, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen hab? Weißt du noch, wie ich dich in den Sox geschissen hab? Geladen! Vollständig geladen! Du warst ein Schweigling, Jake! Konntest dich nie schlagen! Dass du ein Monster bist, heißt nicht, dass ich dir nicht den Arsch also holen kann! Vollständig geladen! Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder! Zoe! Halt durch! Gleich geht's dir besser! Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen! Es ist jetzt vorbei! Los, los, los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach ihnen gesucht. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Ihnen wird es gut gehen. Ich war drei Jahre mit diesen Monstern reingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern. Waren sie noch eine Familie, die dich liebt. Besonders deinen Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Tafelsmädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schick Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Kirchende Jankaard. Du hast du Glück gemacht. Vielen Dank.